Ich wollte dieses Video eigentlich machen, wenn ich 30 Tage Daily-Videos mache. Sind jetzt schon mehr als 30 Tage, das habe ich ein bisschen verpasst, aber ich möchte das trotzdem machen. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass ich es bis zu den 30 Tagen überhaupt erstmal schaffe, weil ich war nie so der Typ, der jeden Tag aufgestanden ist und sich gedacht hat, Digga, jetzt heute hasse ich wieder richtig für YouTube. Aber ich muss sagen, es ist lustig, es macht echt Spaß. An manchen Tagen zumindest. Manchmal ist es aber auch extrem anstrengend, also manchmal bin ich wirklich eigentlich fertig. Ich habe keinen Bock mehr, ich bin todmüde, ich habe keine Energie mehr, aber dann setze ich mich trotzdem irgendwie noch hin und mache ein Video. Man kann auch, glaube ich, bei ein paar Videos, wenn man sich mal näher mit den Videos auseinandersetzt, kann man auch bei vielen Videos, glaube ich, erkennen, ob ich an dem Tag wirklich Bock hatte zu schneiden, ob ich mir dachte, es wird ein richtig, richtig, richtig geiles Video oder ob es mehr auf gezwungener Basis war. Aber ich meine, auch die Videos, die auf gezwungener Basis waren, sind nicht allzu schlecht bei euch angekommen. Also ich meine, damit kann ich durchaus leben. Ich muss auch sagen, ich finde es echt geil, so dieser Support. Also ich habe das erste Mal wirklich seit Jahren wieder einigermaßen aktiv Kommentare, klar, nicht unter jedem Video und sowas. Und ich meine, es gibt immer irgendwie Weg nach oben. Aber ich muss sagen, ich bin einigermaßen glücklich damit, wie das läuft. Worauf ich mal gespannt bin, sage ich jetzt mal, ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das im Urlaub machen will. Weil ich habe nicht die Zeit für zwei Wochen vorzuproduzieren oder für zweieinhalb. Wenn ich wirklich einen Tag nichts anderes mache als schneiden, kriege ich da bestenfalls irgendwie mal drei Videos an einem Tag hin. Dann war ich aber auch wirklich produktiv. Und dann bin ich gefühlt für nichts mehr zu gebrauchen. Also dann bin ich wirklich so, ist ähnlich, als wäre ich mit dem Kopf und dem Hand gelaufen für den Rest des Tages. Ich möchte es eigentlich weitermachen, auch im Urlaub. Aber die Sache ist halt die, ich habe mal meine Aufnahmen durchgeschaut. Ich habe, glaube ich, selbst wenn ich mich im Urlaub jeden Tag hinsetzen würde und schneiden würde oder wenn ich mich im Vorhinein immer hinsetzen würde und schneiden würde und selbst dann hätte ich nicht die Zeit. Aber selbst wenn ich sie hätte, halte ich dafür im Moment auch nicht die Aufnahmen. Also ich weiß nicht, was ist. Wir werden es sehen und ich glaube, spätestens, wenn ich in der Schulzeit bin, war es das mit den Daily-Videos. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich kann mich daran erinnern, ich habe die Daily-Videos in der letzten Woche, bevor meine Ferien anfingen, angefangen. Letzten Endes hatte ich, glaube ich, noch vier Tage Schule oder sowas. In der Zeit, in der ich Daily-Videos gemacht habe. Und ich habe, glaube ich, in dieser Zeit ein Video selber gemacht und den Rest habe ich alles aus dem, ich hatte ein paar Videos vorproduziert und die habe ich alle aus dem vorproduzierten Kontinent rausgenommen. Also in der Schulzeit kann ich das eigentlich vergessen, vor allen Dingen, wenn die Schule nach den Sommerferien ganz normal wieder weitergeht und nicht mit Corona-Regelung. Weil dann, ich habe es schon mit Corona-Regelung nicht hinbekommen, weil ich halt einfach wirklich aus der Schule komme und komplett fertig bin und gefühlt für nichts mehr zu gebrauchen bin und wenn meine Lehrer dann teilweise irgendwie denken, dass jeder GK ein verfickter LK wäre und mir dann 18 Stunden Hausaufgaben gefüllt pro Fach geben, kann ich das halt komplett vergessen. Nichtsdestotrotz möchte ich weiterhin aktiv bei dem Ganzen bleiben. Ich versuche es im Urlaub noch mit den Daily-Videos hinzubekommen, aber ich meine, ich kann nichts versprechen. Und was ich mir auch wünschen würde ist, wenn ich irgendwie auf Twitter oder auf Insta oder sowas oder auch in einem Video sage, schreibt mir mal in die Kommis, wie ihr Format XY, was ich jetzt neu ausprobiert habe, findet. Weil sowas finde ich es dann schade, wenn ich keine Kommentare kriege, weil der Kanal lebt eigentlich auch davon, dass es, oder hauptsächlich davon, dass es den Zuschauern gefallen soll. Und wenn ich dann sage, gebt mir mal Feedback, sagt mir mal, dass ihr davon haltet und ich kein Feedback bekomme, kann ich nicht sagen, was ihr davon haltet letzten Endes. Klingt logisch, I guess. Nichtsdestotrotz macht es mir Spaß im Moment und ich hoffe, ich kann es noch lange weitermachen mit den Daily-Videos. Aber ich glaube, also allerspätestens, wenn die Schule wieder losgeht, dann bin ich in der Q2, dann ist es mein letztes Jahr vorm Abi und da hoffe ich, habt ihr auch Verständnis dafür, dass dann Schule und Abi irgendwo ein bisschen Vorrang hat gegenüber einem YouTube-Account, der seit drei Jahren nicht mal 100 Abonnenten hat. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht gibt es auch eins der Sachen, die ihr euch mal gefragt habt, die damit jetzt beantwortet wurden. I don't know. Ich muss noch ein Gameplay finden, dass ich den Hintergrund schalle, aber das sollte nicht so schwer sein. Da habe ich, glaube ich, nur ein, zwei Sachen im Petto. Dann würde ich mal sagen, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr auf meinem Kanal sehen wollt. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde mich mega freuen. Schreibt einfach mal einen netten Kommentar allgemein. Würde mich freuen. Schickt meinen anderen Socials ab, sind allesamt in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.